Sie ist in dieser Nacht aus der Strafvollzugsanstalt Dortmund ausgebrochen. Karl-Heinz Krabowski ist gewalttätig. Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts machen will. Ich will jetzt erst mal mein Leben genießen. Was ist mit dem Geld? Alles auf Holt. Ich bin morgen vorbei. Da wird die Kohle. Warum soll ich in unserer Firma einbrechen? Meine Hand fäscht die andere. Also was ist nun? Ja oder nein? Warte mal, kannst dein Video auf den Sack gehen, weißt du das? Ich ziehe das Ding allein durch. Hey Schlucke, wir sind Kollegen. Hey, die haben mich bescheißt, wir bescheißen keine andere. Die sind doch mit der Kohle schon längst um alle Berge. Ja, es wird doch scheißegal. Habt sie doch nicht mehr alle. Alle Scheiße, Mann. Das gibt's ja im Blutbad. Entschuldigung, könnt ihr mal kurz unterbrechen? Uwe, so kann ich nicht arbeiten. Ich meine, das ist der totale Abdörner. Ich meine, jetzt guck mal hier. Die latscht sich ja sofort unten. Ach was, das geht ja bitte schon die ganzen Tage so. Und was kommt euch hierher? Ach, du Wetter. So, ist ja auch gut heute. Echte Gefühle. Bin ich da auch drauf? Nee. Ich bin da auch drauf. 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 Ich bin da auch drauf.